Ja, hallo Leute, willkommen zu diesem kleinen Tutorial, wo ich einfach mal ein Programm von Apple zeigen wollte, was bei Xcode dabei ist. Und zwar nennt sich das Ganze Big Top. Wenn wir jetzt mal starten, ihr seht schon hier, er connectet gerade. Ihr könnt hier jetzt die Auslastungen von eurer CPU, von eurer Festplatte, von den Kernressourcen, vom Netzwerk, physikalischen Speichers und Prozessen sehen. Ihr könnt jetzt sehen, hier, wenn ich zum Beispiel auf Netzwerk gehe, 2 KW in den letzten 10 Sekunden zum Beispiel. Ihr könnt dann hier ganz speziell für Prozesse, das ist der Kernel-Task jetzt hier, je nachdem. Ihr könnt Pause machen, einen Snapshot erstellen hier, den sieht man dann. Ja, und das war's auch eigentlich schon zu diesem kleinen Tutorial. Das Programm werde ich natürlich anhängen, falls ihr es nicht habt, ja, und haus da rein.